so nächste runde war und zurück machen wir wirklich mit dem team der zwölf markus wir sind zu viert ich bin noch mal eine runde bitte eine runde und dann spielt einer von uns mit dem wende mit dem man sich nicht verständigen ja sie ist ja da kommen wir eine runde scheiß versaut dann haben wir noch mal ja auch sein könnte sich das habe das ist jetzt gar nicht so schlechter jungen er macht eigentlich er macht guten also ich bin gut meine spuren so heute mal im team das match so habe ich das andere marco stand aber irgendwo daneben ich habe was gäbe es doch im augenwinkel noch kein sei erkannt ich bin richtig heiß genug oder was doch marcus ist feuer und flamme der bremst sogar für dich man steht doch verreckt doch da kann man doch da kam er noch gehen ja was dann gelaufen ist so bringt das immer wenn man jetzt mal kommt nein nein ich musste nachladen und der wäre weg gewesen es reicht aua ich nehm die alte bohne jetzt auch so das reichsteht das hätte ich ausgeautot so Aua! Auf jeden Fall eine habe ich mitgenommen. Ich habe gerade irgendwas erwischt, so ein Auto, klar. Das war's. So, hier haben wir noch ein Typ. Auf dem scheiß Dach kämmt der Käpt' die Sau. So, hier haben wir noch ein Typ. Und dann spielt es wieder eine kleine Rakete hier. Das war aber auch nur der letzte Rest. So, hier haben wir noch ein Typ. 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 Da stehst du. Da oben steht der die ganze Zeit. Der steht oben auf dem Berg oben. Der andere, ich weiß nicht was er da hat, auf jeden Fall irgendwas mit viel Bum Bum. Der steht oben auf dem Berg oben. weiter schade fast ich glaube ich fasse die annäherungsminegraden markus oder kann ich dachte ich habe ich dich noch ich glaube wir müssen so lange so ein bisschen aufschließen weil die führen mit sechs blumen am punkten vorsprung ich denke dass wenn die gewinnen ja wir waren ein wenig zu passiv glückwunsch glückwunsch da kriege ich aber noch der kiel der kielserie zugemacht schade aber trotzdem gut gemacht haben ja der stadt die ganze zeit auf dem berg da oben irgendwo der hat nicht wirklich klar der macht nicht wirklich mit der runde vorher schon eigentlich praktisch nur irgendwo in der ecke gehockt und hat gemacht dass man vorbeikommen ich wollte denn in der einen runde vom berg holen weil da bist du dann mit der hergekommen war jetzt mal ausprobieren ja klar mit dem mit dem tier als team ist es ein kakao drauf ist dann muss oder fett nach schwimmen bewegung bladen sehen nee dann steht man da soll zweit einfach mal ausprobieren klar aber dann machen wir die sechste mal dann kann er da oben stehen wie er zum hauen hat marcus hat doch relativ gut rausgeholt